Herzlich willkommen in der Praxis der Tschirni-Zahnärzte. Seit 1972 führen wir unsere Praxis im Familienbetrieb in stetigem Bestreben, das Beste für Ihre Zähne zu erreichen. Machen Sie sich keine Sorgen, ob mit lokaler Anästhesie, Sedation oder Vollnarkose. Wir bieten Ihnen in entspannter Atmosphäre eine angst- und schmerzfreie Behandlung. Eine kontinuierliche und lebenslange Betreuung Ihrer Zähne ist unser oberstes Ziel. Unsere Zahnärzte bieten Ihnen führende Behandlung, verbunden mit langjähriger Erfahrung und wissenschaftliches Know-how auf höchstem Niveau im gesamten Bereich der Zahnmedizin, speziell auch in den Gebieten der Implantologie und Oralenchirurgie. Durch die Anwendung der PRF-Membrantechnik, bei der mit Eigenglut gearbeitet wird, erreichen wir eine schnelle und effiziente Wundheilung mit signifikant geringerem Infektionsrisiko. Natürlich setzen wir auf eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Die Zukunft Ihrer Zähne ist bei uns in den besten Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017